Ich erkläre die Navigation mit dem Polarstern. Ich habe hier eine Erde und die Erde hat einen Äquator und hat eine Achse. Und hier befindet sich dann der Polarstern. Und wenn ich hier am Nordpol stehe, dann ist der Polarstern immer senkrecht über mir. Und jetzt ist etwas Wichtiges, wenn ich hier stehe und ich blicke zum Polarstern, ist es nicht so, dass ich in diese Richtung blicke. Weil der Polarstern nämlich, der ist sehr weit weg. Diese Zeichnung ist ja komplett verkehrt. Sogar der Mond ist noch viel weiter weg. Also man muss sich das vorstellen, wie wenn der Polarstern so ein paar tausend Kilometer sich in diese Richtung bewegt. Das heißt, auf so einer Zeichnung, wenn zwei Leute zum Polarstern blicken, dann ist der Blick parallel. Also der trifft sich schon nach ein paar tausend Kilometern, aber eben erst dann. Gut, und jetzt schauen wir uns das hier mal ein bisschen genauer an. So, also jeder Blick zum Polarstern, die Blicke sind alle parallel. Und jetzt habe ich hier diese Verbindung und dann habe ich hier den Breitengrad. Das ist irgendwie mein Winkel, nenne ich ihn mal Alpha. Und den möchte ich gern wissen. Und dann habe ich hier, ja genau. Ich bin auf dem Meer, ja und dann habe ich hier so einen Horizont. So, ja schön Horizont, genau. Und dann schaue ich mir, also ich bin da, hier ist das Schiff. So Schiff und Segel und alles und so weiter. Und wenn das hier Alpha ist, dann ist das hier 90 Grad minus Alpha und das ist 90 Grad. Und dann habe ich hier wieder den Winkel Alpha. Okay, und dann habe ich hier Wechselwinkel. Ui, dann habe ich hier wieder den Winkel Alpha. Das sind diese, das hattet ihr mal so, ja. Also wenn das Alpha ist, ist auch das Alpha und das ist Alpha. Die sind alle gleich groß. Und deswegen ist also der Winkel ein bisschen kleiner. Das ist schön. Also der Winkel, der steckt eben dann auch hier drin, über die Dreiecke und der steckt hier drin. So, was heißt das? Ganz einfach. Der Seemann schaut hier in die Ferne. Ja, der misst den Winkel zwischen Horizont und Polarstern. Bekommt einen Winkel Alpha. Und das ist dann zum Beispiel 48 Grad. Und dann weiß er, dass sein Breitengrad auch 48 Grad ist. Und das ist relativ simpel. Und mit der Methode wusste schon Kolumbus, auf welchem Breitengrad er sich befindet. Das größere Problem ist der Längengrad. Den kann man so nicht feststellen. Und dann kann man so nicht mehr sehen. Das ist das Problem. Vielen Dank.